Und was allgemein die Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten angeht, so wurde bereits sehr früh, im dritten und vor allem im vierten Jahrhundert, wurden viele Werke diesbezüglich verfasst. Und der Grund dafür ist, dass es nach den Atba'at-Tabirin, also nach den Salaf, kam es zu einigen Unstimmigkeiten unter den Muslimen. Manche Unstimmigkeiten waren nicht berechtigt. Es gibt hierbei keinen Grund, dass es zu Unstimmigkeiten kommt. Und dann wiederum gibt es Unstimmigkeiten, diese können teilweise berechtigt sein. Oder man könnte sagen, derjenige, der hier eine andere Meinung vertritt, dieser kann gegebenenfalls entschuldigt werden. Und das ist auch wiederum eigentlich eine andere Thematik. Und zwar, wenn man über die Meinungsverschiedenheiten spricht, so wird hier von zwei Gruppen falsch vorgegangen. Die erste Gruppe ist, sie sagt, jede Art von Meinungsverschiedenheit ist immer akzeptabel. Und das hört man sehr oft. Und das wird vor allem derzeit versucht, unter den Muslimen zu verbreiten. Nach dem Motto, jede Thematik, bei der irgendjemand oder zumindest irgendeine Person, die dem Wissen zugeschrieben werden könnte, wenn jemand eine Ansicht vertreten hat, dann ist diese Meinungsverschiedenheit automatisch eine akzeptierte Meinungsverschiedenheit. Und daraus erfolgt dann, man darf diese Meinung nicht missbilligen. Vielmehr muss man sie akzeptieren. Und das beste Beispiel ist das, was jetzt in diesen Tagen passiert. Wir sehen, dass in vielen Ländern oder von vielen Nichtmuslimen irgendwelche erfundenen Festtage gefeiert werden. Wir sagen jetzt aus islamischer Sicht, was ist das Urteil darüber, solche Festtage zu feiern? Was ist das Urteil darüber, den Kuffar zu ihren Festtagen zu gratulieren? Oder auf irgendeine Art und Weise sich daran zu beteiligen? Wir schauen auf die Aussagen der heutigen Tage, jetzt momentan. Wenn jetzt ein Muslim kaum Wissen hat und er hört sich dann an, was wird darüber gesprochen? Er wird wahrscheinlich sagen, es gibt hierbei viele verschiedene Ansichten unter den Muslimen und diese Thematik ist nicht klar und deutlich. Manchmal kann es sogar sein, wenn er in bestimmten Ländern lebt, dass er sogar denkt, die richtige Ansicht ist, dass man Nichtmuslimen zu ihren Festtagen gratulieren darf und dass dies nicht problematisch ist. Und dass das die richtige und die stärkere Meinung ist. Weil die meisten Leute in diesem Land, wo ich mich befinde, vertreten ja diese Ansicht. Und wenn man ihm sagt, nein, das ist Haram, sagt er, nein, wie kannst du sagen, das ist Haram? Schau doch, die ganzen sogenannten Gelehrten sagen, dass es erlaubt. Das ist jetzt die Sicht desjenigen, der sich erst seit zum Beispiel heute oder seit kurzer Zeit mit dieser Thematik befasst und dann um sich schaut. Im besten Fall, wie gesagt, im besten Fall wird er sagen, ja, es gibt hierbei Meinungsverschiedenheiten. Wenn aber jetzt jemand kommt und er sagt, ich gehe ein bisschen zurück und ich schaue auf diese Thematik aus einer anderen Sicht. Was haben die früheren Gelehrten dazu gesagt? Was haben die Rechtsschulen dazu gesagt? Was sind die Beweise derjenigen, die sagen, dies ist auf keinen Fall erlaubt? Was sind die angeblichen Beweise derjenigen, die sagen, dies sei erlaubt? Dann wird man feststellen, dass es hierbei nicht mal im Ansatz, nicht mal im Ansatz eine Meinungsverschiedenheit unter den Muslimen gibt. 1300 Jahre oder sogar 1350 Jahre, wenn man die letzten 50, 60 Jahre weglässt, wird man feststellen, dass es niemals einen Muslim gab, der sich irgendwie dem Wissen zuschreibt. Egal, welche Gruppierung er zugeschrieben wird, egal, ob er jetzt von Ahl-i Sunna ist oder ob er von den Mu'tazila ist oder ob er von den Shi'a ist oder ob er von den Asha'ira ist oder ob er von den Jahmi'a ist, man wird feststellen, es gab bei dieser Thematik, genau diese Thematik, gab es niemals eine Meinungsverschiedenheit. Vielmehr bestand der Ijma'a, der Konsens. Und wenn wir über den Konsens in Bezug auf diese Thematik sprechen, so gibt es zwei Arten von Konsens. Einmal den Konsens, der gesprochen wurde, dass Gelehrte gekommen sind und gesagt haben, die Muslime sind sich einig, dass es nicht erlaubt ist, den Kefra zu ihren Festtagen zu gratulieren. Das ist der eine Konsens. Und man könnte sagen, das ist der gesprochene Konsens. Und dann gibt es den Konsens der Handlung. 1300 Jahre hat niemals ein Muslim, niemals jemand, der dem Wissen zugeschrieben wird, etwas anderes gesagt. Sie waren sich komplett einig. Und hier sehen wir dann so eine Art von Meinungsverschiedenheit in Bezug auf Gratulieren der Festtage der Kuffar. Das ist keine Meinungsverschiedenheit, die irgendwie akzeptiert wird. Diese kannst du nicht vergleichen, so eine Meinungsverschiedenheit, angebliche Meinungsverschiedenheit, kannst du nicht vergleichen mit zum Beispiel, wenn ich jetzt im Gebet bin, soll ich zuerst mit den Knien runtergehen oder mit den Händen. Wenn man jetzt kommt und sagt, das ist eine Meinungsverschiedenheit und du kannst dieser Meinung folgen und das andere ist auch eine Meinungsverschiedenheit und du kannst eine der beiden Meinungen folgen. Das ist falsch. Was ich also sagen möchte, Barq al-Fikum, die Meinungsverschiedenheiten sind nicht auf einer Stufe. Was aber versucht wird, zu verbreiten durch einige Sanadika und durch einige Munafikun, dass sie das so darstellen. Nein, du darfst das nicht missbilligen, weil es kam hier zu Unstimmigkeiten. Nein, es kam hierbei niemals zu Unstimmigkeiten.